Dieses Video besteht aus den lustigen Momenten, die du nie bereuen wirst, angeschaut zu haben. Lehn dich zurück, entspann dich und genieß das lustige Video, bei dem es unmöglich ist, nicht zu lachen. 1. Die junge Frau, die auf den Ass kletterte, um ein Foto zu machen, weiß gar nicht, was ihr passierte. Ihr Freund, der sie gezogen hatte, bekam in diesem Moment einen Lachanfall. 2. Es ist eine Warteschlange in einem Bild, zu dem du nichts mehr sagen wirst. Zwei junge Frauen versuchen eine Sprite in einem Zug auszutrinken. Aber das kohlensäurehaltige Getränk hat jemandem das Leben schwer gemacht. Hier sind diese lustigen Momente. 3. Wenn du eines Tages in London bist, wirst du viele Häuser mit zugemauerten Fenstern sehen. Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. In der Vergangenheit wurde in England eine Fenstersteuer erhoben. Die Menschen haben ihre Fenster einfach zugemauert, um keine Steuern zu zahlen. 4. Hast du schon einmal was vom Bernoulli-Prinzip gehört? Der Mann auf dem Bild hat dieses Prinzip benutzt, um ein großes Plastikohr aufzublasen. Wieder einmal schafft es der Wissenschaftler, uns zu überraschen. Oder etwa nicht? 5. Wir unterbrechen unser Video mit einem Foto. Die Frau, die aus dem Meer kam, wurde von der Welle gesegnet und ihr Bikino-Oberteil löste sich. Zum Glück schaffte es die Frau gerade noch rechtzeitig, sich zusammenzureißen. 6. Woher kommt die Robbe? Der Mann, der auf der Sonnenliege saß, war überrascht, als er die Robbe vor sich sah. Die Robbe hingegen wollte auf die Liege und legte sich dorthin, ohne sich um jemanden zu kümmern. 7. Ein im Ausland inhaftierter Gefangener versucht die Polizei auf dem Video zu filmen. Wahrscheinlich war der Preis für diesen Versuch hoch. 8. Wir schauen uns weiterhin lustige Momente an, die mit der Kamera aufgenommen wurden. Im nächsten Bild siehst du die unglücklichen Momente, die dem Mann passierten, der versucht hatte, aus dem LKW auszusteigen. 9. Wir haben noch nie gesehen, wie ein Oktopus seine Tinte spritzt. Wenn du das noch nicht gesehen hast, ist hier eine Premiere für dich. 10. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde! Bis zum nächsten Mal.